Hallo, zurück zu Left 4 Dead 2. Wir befinden uns gerade im Knast, wo wir beinahe draufgegangen sind. Weil wir einen Alarm auslösen mussten. Ich vermisse das Sturmgewehr. Aber die ist auch gar nicht mal so schlecht, die Knarre hier. Und den musst du erstmal wieder deaktivieren und der Alarm ist hier hinten im Knast. Wir haben mit dem Hundekackverbotsschild. Haben wir eine Knastzöge öffnet. Und das Verbotsschild mussten wir erstmal aus dem Boden rauspupeln. Und ich höre schon wieder so eine Flandrine, Manu. Gemeinheit. Das nicht. Das auch nicht. Du auch nicht. Ich halte einfach mal drauf, ne? Oh, ich will schon wieder so einer. Was? Da hat sich auch mal einer gerade irgendwo verrannt. Wo denn? Da oben. Gut. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. Ich müsste aber... Die ist doch hier irgendwo. Leider! Die ist doch hier irgendwo. Wo ist sie denn? Draußen, wa? Ne, wahrscheinlich... Ne, die ist wahrscheinlich hier hinter. Ne, auch nicht. Okay, gut. Ich glaube, ich hole nochmal ganz schnell Muni. Wir sind ja noch nicht wirklich weit gekommen. Toll. Ähm, lasst mal die Türen offen. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass hier noch irgendjemand durchrennen will. Ach, hier waren wir schon. Hier ist ja nichts. Okay, dann, ähm... Okay. Okay. Okay, gut. Cool. Wow. Hier, Tabletten, Medikamente. Wer braucht was? Ach, wie praktisch hier. Natürlich. Alter, warum müssen die mal die Türen zu machen? Alter, wo heult ihr denn? Ich... Ich weiß nicht. Oben, oder? Draußen scheint gar nichts zu sein. Ist okay. Gut, dann wollen wir mal... Hier lang. Hm. Munition. Toll, hätte ich nochmal Muni. Da sind... Da ist ein Sturmgewehr. Aber da komme ich nicht dran. Mann. So, rein. Schießstand. Oh, die hängen da nur. Das ist toll. Hm. Toll. So. Was ist das? Mit dem Ding auf. Hör mal. Das ist nur ein Windfaden. Der ist nicht so hart. Wieder meiner. Ach, hier. Ach, doch mal. Glaubst du es denn? Warum... Warum brennt das hier? Ich meine, ich weiß, wir haben unten Feuer gelegt in der letzten Folge. Und dann ist aber der... Die ist dann aber die Sprinkleranlage angesprungen. Das ist vielleicht nicht so hier unbedingt durch die Flammen hüpfen. Was ist das hier? Ne, Rohr. Geht mal mit. Das sieht gefährlich aus. Ui, ui, ui. Ich muss so ganz kurz husten. Entschuldigung. Da kommen wir nicht durch. Aber vielleicht hier. Nein. Ach. Was glaubst du es denn? Wo müssen wir denn lang? Da lang. Vorzugsweise hier lang. Durch die durch. Äh, hier nicht. Von da kommen wir. Wir müssen da hoch, oder? Ah. Da neben. Oh. Treffer. Nein. Nein. Alter, glaubst du dich da unten, da unten, da unten. Danke, 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 danke. Gut so. Uh, das war... Alter. Auf einer Rakete. Unglaublich. Gut, okay. Hier liegt eine Rohrbombe. Finde ich toll. Ich höre sie. Ja, wo ist sie denn? Wo bist du denn? Ja, ja, ist schon recht. Ich sehe sie nicht mal. Ich sehe sie nicht. Ich höre sie nur. Ich höre sie knurren irgendwo. Aber ich weiß nicht wo. Oh, glaubst du es denn? Ist sie echt abartig. Also. nein ich habe keine hanks ich bin nur ein bisschen panisch mann gut ich verteile mal ein bisschen anhalten anhalten weil ich irgendwo gerade amt hier stromgewehr das wurde auch zeit hier brennt ja noch nicht genug worden police department ok worden ist scheinbar der ort in dem wir uns gerade befinden so wie es aussieht müssen wir hier rüber ich bin mir nicht sicher aber hier nicht müssen was von daher wahrscheinlich ja hier hier richtung die richtung schutzraum und hier geht es auch noch mal nein hier geht es gut alles klar dann hier lang ich will nur bemerken sieben minuten 35 wir sehen jetzt die richtung des schutzraums hey vorsicht das ist ein scheiß dampfer das ist doch dampfen ist echt okay dampf ist wohl okay wundervoll um fugen zu reinigen dampf und scheiben da kommt ich probiere ein bisschen das gesicht so dann ja ich weiß nicht aber auch daran weil ich ihn gehört habe so jetzt müssen wir kurz warten dass das feuer ausgeht unter der sprinkleranlage wohlgemerkt und es kommen schon wieder so viele klopfte hier man ach ja muni 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 ok mehr ist ja nicht ein bisschen wenig was hier noch schön ist nichts ist gut wie viel aber ja ja wie immer cool den kriegen wir damit sofort was für welche ich gehe mal hier mal rein ich gucke mal was hier so schön ist mit jockeys will ich nichts zu tun haben so dann hier vielleicht irgendwas irgendwo irgendjemand hier von mir ist auch das nützlich sein ich nehme mal lieber tabletten so auch wenn man mit der adrenalin spritze wesentlich besser unterwegs ist aber was sind das hier das hände du die du die ansteigend jetzt mittlerweile oder was ich höre dich doch du altes bitter ja bei der schluss nicht ich habe dich wohl gehört der schädel bricht auch schon schon hin was war hier an katana ok ok immer auch mit wer weiß wofür wir es noch brauchen können hier kommen wir nicht lang hier richtung exit hier ist das für dich halt da ist ja echt nett toll was soll es egal einen haben wir noch ich lade nach wofür wir haben wir was wir wollen mal wieder an Toll. Ja, das ist jetzt nicht so gut gelaufen. Aber wir leben noch, auch wenn wir nicht mehr haben. Oh, dankeschön. Das fass ich mir gleich mal rein. Toll. Danke, du hast was gut. Und hier liegt Muni. Hier, Munition. Rohrbombe. Oh, Midi-Pack. Das ist toll. Gut, dann geht es uns ja doch scheinbar nicht so schlecht. Hier gibt es Waffen. Ja, es ist eine sehr schöne Waffe, aber die kann man leider nicht nachladen. Sonst würde ich die sofort immer nehmen, wenn ich sie finde. Aber das ist... Oh, Entschuldigung. Ähm... Aber die kann man leider nicht nachladen und deshalb ist sie unpraktisch. Extrem und hochnützlich, aber... Ja. Jawohl, vielen Dank, vielen Dank. Na komm, du Tank. Ja, er brennt. Das ist gut. Ziemlich gut. Ich werde mich mal hier hinverpiegeln. Der stimmt ja was. Kann man nicht. Ja, cool. Das macht ja sogar was. Was ist das? Äh, was? Also weißt du, die ganzen speziellen, besonderen infizierten Gedönske hier. Das ist ja eher ein bisschen übertrieben. Na, toll. Ja, ich weiß. Ich bin ein toller Schütze. Tolle Schütze. Wo, wo, wo? Da. Ja. Ich weiß. Was? Okay, komm her. So, hier lang. Mal gucken, was die noch so was ist. Ah, ah, ah. Warte schön, ich mache euch hin. Habt ihr auch eine Erlaubnis? Kann man nicht? So, ist hier noch irgendwas tolles? Ja, sowas aber. Okay. Ja, Waffenbrüder. Nach mal. Ja, richtig. So, gut, dann. Wo waren wir hier nochmal? Da. Okay. Ach, hier geht's weiter. Da. Ist mir sicher. Aha. Mhm, mhm, aha. Jo, wartet mal. Jo. Ähm, wo ist... Da ist mein Weggepack. Nehmen wir mit. Kann man nachladen. Und Sprengladung. Mach ihn alle. Mach ihn der, oder was? Klasse Schuss. Ah, scheiße. Ach, hier. Ja, cool. Auch in dem mal mit einem Schuss. Ist auch schon mal toll. So, vorsichtshalber, falls da hinten irgendwas rumsteht. Und ich wette mit euch, dass da viel rumsteht. Aha. Woher wusste ich das? Zum Beispiel, ich muss mich überhaupt nicht kennen. Gut. Ach, hier sind wir wieder. Lade nach! Macht sozusagen gar keinen Sinn. Okay, ist hier noch irgendwas Schönes? Ah, das heißt Dana. What's your head? Ähm. What's your head? Okay. Okay. Ähm. Meine Gute. Und die sind schuld. Hier geht's zum Schutzraum. Hier geht's zum Schutzraum. Leute, hier geht's zum Schutzraum. Ich lasse mich wo. Hier gibt's Waffen. Soll's das tatsächlich mal sein, dass eine Karte mal keine überlegenheit hat? Dass eine Karte mal keine überlegenheit hat? Sehr bombig. Hier, Richtung Exit vielleicht? Alle nach! Oder auch nicht. Oh, oh. Ja, hier geht's zwar durch, aber... Nichts, glaube wohl. Ich lade nach! Brauchen verboten hier. Lade nach! Lade nach! Lade nach! Gut. Weiter im Text. Lade nach! Hier geht's nicht weiter. Lade nach! Hier oben soll der Schutzraum sein? Äh, mächtig sicher. Ist ja ein mächtig sicherer Schutzraum. Ich hoffe, der wird uns auch schützen. Lade nach! Alter! Ah, jetzt. Vielleicht. Kann man hier auch? Äh, nein. Gut, alles da. Dann, äh, hallo. Ne. So. Okay. So. Äh, was? Dann müssen wir durch. Ach, das noch. Okay. Oh je. Na gut. Dann. Fragen wir den Sprung in die Tiefe. Fingere mich, Fingere mich. So, dann. Ach, hier. Da. Da ist er. Der kommt nicht hoch. Ich versuche. Ähm. Okay. Bisch geht im Freien. Auch nicht schlecht. Okay. Was kommt mir jetzt hier runter? Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Hier vielleicht? Ne, ne. Wer hier nen Tisch? Ich weiß es nicht. Mal versuchen. Können wir es? Ne Leiter ist hier nicht irgendwo, oder? Ich sehe zumindest keine. Das ist keine Ahnung. Ja, dann würde ich sagen, mal hier runter. Ja, das geht. Sehr schön. Ich lade nach. Yeah. Danke. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Äh. Ach, hier ist nie schon wieder so eine. Tschau, Speta. Speta Trine. So, gucken wir mal hier. Hier wer? Da, da. Ungebetene Gäste. Alter, so verwinkelt hier alles. Oh, hier ist es richtig. So toll. Das ist sehr schön, aber zu. Warum machen die mal die Türen zu? Hier durch. Wieso jetzt hier durch? Oh, Muni. Munition. Ah, oh. Okay. Okay, hier geht's auch durch. Oh, sorry. Meine Absicht. Okay, gut. Schon mal sehr gut. Alter, mach doch nicht immer die Türen zu. Hier haben wir hier einen Filmraum. Das ist doch da unten irgendwo. Alter, viele Wege führen nach oben, wa? Jawohl. Das war pur Reflex. Das war wir doch gerade jetzt. Färlich. So, äh. Hä? Äh, nein. Ah. Hier sind wir aber im falschen Kinosaal, ne? Ja, würde ich sagen. Mach. Mach Tür auf. Geht nicht auf. Ist ein Türgriff rein, geht aber nicht auf. Ja, mach mal. So, wo geht's denn hier nochmal rein? Äh, raus? Oder weiter? Ach, hier. War hier nicht gerade eben noch irgendwo ein Charger? Ich war der Meinung, ja. Aber, okay. Was? Oh, ja. Gut gemacht. Danke. Das ist ganz schön stressig. Alter, wenn man jetzt den richtigen... Wer jetzt den richtigen Weg gleich wissen würde, aber auch hier steht ja, steht ja nicht umsonst dran, ne? Ist ja überall gekennzeichnet. Ist ja überall gekennzeichnet. Hier geht's dann. Tralala. Ich glaube, hier kommen wir durch, Jungs. Ja, glaube ich auch. Toll. Äh, dann... Nö, ist das schon da springen. Toll. Kippt um, kippt um. Spitter, spitter. Cool. Habt ihr es jetzt erledigt? Will ich hoffen. Gibt's auch nicht durch? Error, Error. Cool. Das war aber Luis. Hallo. Oh je, oh je, oh je. Okay, dann... Gut getroffen. Und du? Und jetzt? Ähm. Ach. Hier. Auch nicht schlecht. XP. Oh, Blue Screen. Okay. Toll. Ist ja nicht so gut gelaufen, wa? Ton auf die Power. Gut. Na, super. Lass mal sein. Beschützt mich bloß keiner mal. Wenn ich hier die Axt außer Leiche rausziehe. Wow. Okay, aber das ist nicht unsere Aufgabe, wir sollen hier, zack. Zack. So, jetzt muss ich erst mal meine Wache hier wieder hinten herhöhlen. Ach, das war's nochmal. Ach, das war's nochmal. Die natürlich nicht mehr da ist. Ich kann mich nicht umschönen. Kann das sein. Ich finde sie jedenfalls nicht. Ach, das haben wir noch. Okay, gut. Alles klar. Okay, dann, äh, gehen wir durch. Okay. So. Oh. 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 Okay. Okay. Warum hab ich nur noch eine? Warum hab ich nur noch eine? Muss doch irgendwo eine liegen. Alter. Die spawnen der Scheiß einfach, was soll in der Quatsch? Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist Kacke. Na gut, aber, was soll jetzt? Äh, Francis, Francis. Ich versorg dich. Mach dich zu. Ich mach dich gleich mal zu. Vorsicht! Irgendwo, du musst einfach das an. Alter. Oh, so ne Kacke. Oh, ihr seid so hohe. Ihr seid so blöd. Das sieht übel aus. Aber ich kriege dich schon wieder hin. Gleich bist du wieder auf den Beinen. Ich weiß, wir müssen weiter, doch du brauchst Hilfe. Tschüss. Gern geschehen. Ja, gern geschehen. Bill. Moment, das dauert nur eine Sekunde. Ich hab selber bloß nur noch 23. Helf. Mach die Tür zu. Ja, hoffentlich kotzt der mich nicht gleich noch an. Das wär echt unschön. Ich guck mal kurz aus. Wo bist du denn? Wo wirkst du denn? Gut. Ich weiß nicht, wo er wirkt. Dann bleib da draußen. Das ist immer wieder hinein. Was первый. Wof. Das ist immer wieder. Die Tür zu.